Armut im Alter könnte zukünftig ein großes Problem werden. Teilen Sie diese Sorge? Nun, durch die Zunahme von prekären Beschäftigungsverhältnissen, durch das große Anwachsen des Niedriglohnsektors haben wir in Zukunft immer mehr Personen, die verhältnismäßig geringe Ansprüche aufbauen für die gesetzliche Rentenversicherung. Hinzu kommt, dass die Beschäftigungsverhältnisse vielfältiger werden. Man spricht ja auch von Brüchen in den Erwerbsbiografien, das heißt also Phasen der Selbstständigkeit oder Honorartätigkeit nehmen bei vielen Personen ebenfalls zu, sodass wir hier tatsächlich sagen können, wir stehen in der Zukunft da vor ziemlich großen Herausforderungen. Zwei Modelle zum Schutz vor Altersarmut liegen ja bereits vor. Das Beitragsfinanzierte und das Steuerfinanzierte. Welches Modell ist sinnvoller? Nun, die Vermeidung von Altersarmut ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und insofern ist es aus meiner Sicht ganz klar, über den Einsatz von Steuermitteln zu lösen und nicht durch den Einsatz der Gelder der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Im Gespräch ist ja eine, wie soll man sagen, Aufstockung der gesetzlichen Rente beziehungsweise die Kommission der Heinrich-Böll-Stiftung schlägt einen Zuschlag im System der Grundsicherung vor. Egal für welches Modell man sich entscheidet, ich würde das Erste favorisieren, die Gelder der Beitragszahler, die sollten da tabu sein und das Steuermittel eingesetzt werden. Welche Bedeutung messen Sie der Betriebsrente und der Riester-Rente im Vergleich zur gesetzlichen Rentenversicherung zu? Ja, die Betriebsrente und auch die Riester-Rente können sinnvolle Ergänzungen darstellen, insbesondere die Betriebsrenten will ich da an der Stelle nennen, aber sie können die gesetzliche Rente als Basis und als Grundlage für eine Versorgung im Alter nicht ersetzen. Das gilt umso mehr nach den Erfahrungen, die wir durch die Finanzkrise gemacht haben und die auch anhaltende Bankenkrise. Tatsächlich hat sich das umlagefinanzierte System der gesetzlichen Rente sehr bewährt und zwar so sehr, dass auch andere Länder auf der Welt, zum Beispiel China, dieses Modell kopieren. Die Betriebsrente funktioniert bereits in großen Unternehmen. Wie mobilisiert man auch die kleinen und mittelständischen Betriebe für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuzahlen? Ja, die großen Unternehmen haben natürlich die Möglichkeit, entweder Pensionsfonds einzurichten, wo sie das Geld dann ansparen oder aber über die sogenannte Direktzusage, das aus den laufenden Erträgen zu erwirtschaften. Und die großen Unternehmen können auch einigermaßen sicher sein, dass es sie in 10, 20 oder 30 Jahren noch gibt. Das sieht bei kleineren Unternehmen natürlich anders aus. Und deswegen greifen Kleinunternehmen häufig auf die sogenannte Direktversicherung, also meistens eine Kapitallebensversicherung, zurück. Das hat allerdings den großen Nachteil, dass wenn man den Arbeitsplatz wechselt, man häufig diese Versicherung nicht mitnehmen kann, sondern weiterführen muss. Und es gibt nicht wenige Fälle, wo Leute nach drei, vier Jobwechseln dann auch drei, vier Lebensversicherungen zu bedienen haben. Und hier wäre viel Gehirnschmalz angebracht, sich was anderes zu überlegen. Zum Beispiel, indem man einen Pool macht, einen Topf oder ein Versorgungswerk gründet, in das viele kleinere Unternehmen einzahlen, sodass dann daraus die Betriebsrenten bestritten werden können. Dann wäre das sicherlich auch noch mal interessanter für die Beschäftigten, denn eine Kapitallebensversicherung, auch angesichts der jetzigen Zinsentwicklung, ist sicherlich nicht die attraktivste Form von Altersvorsorge. Herr Kurz, wie soll es denn mit der Rente weitergehen? Ja, wenn ich das in einer Minute beantworten könnte, wie es mit der Rente weitergeht, vielleicht hätte ich wahrscheinlich einen Anspruch auf einen Nobelpreis. Die Rentenversicherung, weil sie eben für viele Jahrzehnte hinaus sozusagen Vorsorge treffen muss, ist ein System, was man nicht mal von einem Tag auf den anderen wird verändern können. Ich glaube, woran man festhalten sollte und was sich ja gerade in der Finanzkrise als überaus stabil erwiesen hat, ist die umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversicherung. Das wird auch vernünftigerweise von niemandem mehr bestritten. Der große Hype, dass die Kapitalversicherung ja viel besser sei, ist dahin. In Kalifornien sind von den privat angelegten Pensionsfonds mehr als die Hälfte verschwunden beispielsweise. Andere Anlageformen, auch in der Riester-Rente, werfen bei weitem nicht die erwarteten Renditen ab, sodass, glaube ich, der Trend in der Zukunft dahin gehen wird, Unwuchten im System der gesetzlichen Rentenversicherung zu beseitigen, nach Möglichkeit die Leistungen auch und das Niveau besser, stabiler auszugestalten und es vor allen Dingen auch geschlechtergerecht zu machen. Auf Wiedersehen.